Hallo, ich bin die Lene Breymaier und ich höre eigentlich immer den Leuten zu. Es wird aber in der Politik gerne unterstellt, Politiker und Politikerinnen würden nicht so hören. Und deshalb mache ich das jetzt ganz bewusst. Ich setze mich hier hin und nehmen Sie bitte Platz und ich höre Ihnen drei Minuten zu, ohne was zu sagen. Dann darf ich eine Minute was sagen und danach unterhalten wir uns noch zwei Minuten. Das ist richtig klasse. Ich kriege viel Bestätigung für meine Inhalte und viel zum Kauen und zum Nachdenken. Und ich habe richtig Spaß in dieser Region. Kommen Sie doch einfach auch vorbei, ich freue mich auf Sie.